Ja, hallo zusammen, willkommen zurück zur Relay Bitcoin Session, heute mit einem sehr, sehr spannenden und interessanten Gast. Der Mirko von Bitcoin2Go ist hier im virtuellen Studio. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, ich bin nicht im üblichen Studio und das hat mir Mirko auch schon jetzt auch schon gesagt. Schade, dass du nicht direkt ins Studio kommen könntest oder wir dich nicht ins Studio einschalten konnten diesmal. Aber ich versuche mich ja jetzt irgendwie so einzurichten in meinem eigenen Studio hier zu Hause. Aber hey, mehr zu dir. Mirko, wie geht es dir aktuell und woran bist du aktuell am meisten interessiert im Bitcoin und Crypto-Business? Viele Fragen auf einmal. Also erstmal geht es mir ganz gut. Ich bin happy, muss ich sagen. Wir haben echt ein spannendes Jahr hinter uns. Ein Jahr, was Bewegung gebracht hat. Ein Jahr, was Schmerzen gebracht hat, was aber auch dazugehört. Ich glaube, egal wie wir auf Bitcoin und Crypto schauen, vieles fokussiert sich eben schon auch auf die Preise. Du weißt, dass das auch ein Thema bei mir auf dem Kanal ist. Bitcoin2Go steht drauf. Es geht aber schon auch allgemein um Crypto-Themen, um Makro-Themen. Ich bin ja aus dem Finanzbereich wirklich schon sehr, sehr lange aktiv. Mit 15 hatte ich meine ersten Aktien. Und deswegen ist mir schon auch wichtig, aus der Brille draufzuschauen. Und da muss ich sagen, ist aktuell, was makroökonomisch passiert, sehr spannend. Denn wir sind das erstmal in einem makroökonomischen Bärenmarkt. Das hatte Crypto oder Bitcoin noch nicht kennengelernt bisher. Wir hatten den Segen eines etwas längeren Bullenmarkts. Das ist auch ganz gut, weil es, glaube ich, erstmal die erste Aufmerksamkeitswelle jetzt für Bitcoin geschafft hat. Weil am Ende des Tages, du weißt, wie es ist, viele gucken auf den Preis und die meisten bleiben auch dabei. Die wenigsten bleiben wegen der Message. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe von dir, deinem Podcast und auch von anderen, auch von mir zum Teil, zu gucken, was steckt denn eigentlich hinter der Fassade von Kursen, von Preisen, von Träumen? Am Ende des Tages, dass das hier rechts neben mir hängt, das White Paper mit einem Peer-to-Peer-Electronic-Cash-System. Ein freies, zensurresistentes Geldnetzwerk, was trotz aller Krisen immer noch funktioniert. Hey, das ist doch die beste Nachricht des Jahres, würde ich mal sagen. Absolut, ja, es wird definitiv nicht langweilig. Du hast ja vorhin getwittert, dass es dir langweilig ist. War das Spaß? War das ein Spaß? Ich glaube auch, was du alles machst, das kann dir nicht wirklich langweilig werden. Zähl mal auf. Du sagst, du bist schon immer finanzinteressiert. Du bildest aus mit deinen verschiedenen Kanälen über Finanzen. Wir haben auch mal an der Konferenz eingebig besprochen, was du schon alles gemacht hast. Du bist ja mega der Online-Marketing-Experte auch. Hast verschiedene Websites und Blogs aufgebaut und so weiter. Aber aktuell, was sind so deine Hauptthemen oder dein Hauptprojekt, an denen du dran bist? Also mein Hauptprojekt ist Bitcoin2Go. Da habe ich ja vor drei Jahren das Projekt ungefähr gestartet. Nee, um genau zu sagen, vor zweieinhalb Jahren. Jetzt, zweieinhalb Jahre später, habe ich 20 Mitarbeiter. Bin also sehr, sehr stolz darauf. Und witzigerweise, wir haben uns auch genau vor zweieinhalb Jahren kennengelernt, als dein Startup losging. Es war vor zwei Jahren, glaube ich. Ja, und ich hatte jetzt auch genau 20 Mitarbeiter. Das ist so geil. Ja, guck mal. Wir sind ja im gleichen Training. Mit dem Unterschied muss man schon sagen, du hast erstens ein Funding. Das habe ich nicht. Also du meinst, es ist komplett wirklich von der Pike aufgebaut. Volles Risiko. Ist bei einem Online-Business einfacher. Jetzt eine Website verursacht jetzt nicht viele Kosten. Und Mitarbeiter sind bei mir auf Freelance-Basis. Ja, also ich habe keine festen Angestellten. Das ist bei dir, denke ich, eher der Fall. Ist natürlich ein bisschen mehr Sicherheit. Aber am Ende des Tages werden die Leute auch gut bezahlt. Nee, ich bin mega froh. Die Message ist mir wichtig. Bitcoin2Go war ja damals die Idee, wirklich schnell, also ToGo Wissen zu vermitteln zum Thema. Ich habe eine ganze Wissensreihe an eine Minute Videos zu Bitcoin und das Verständnis darüber. Damals noch ein kleiner Kanal, wenig geklickt. Würde heute wahrscheinlich besser funktionieren bei TikTok und so. Da muss ich nochmal auflegen, würde ich sagen. Aber ja, das ist mein Fokus. Ich habe aber ansonsten noch meine andere Website, finanzwissen.de. Da haben wir auch 15 Mitarbeiter. Da sind wir insgesamt fünf Gründer auch. Alle aus dem SEO-Bereich. Also alle mit der nötigen Expertise, da auch wirklich in die Breite zu kommen. Und da siehst du auch so meine Idee. Ich meine, ich will den Leuten als erstes erstmal beibringen, eigenverantwortlich zu sein. Das ist, glaube ich, ganz wichtiges Learning aus dem Kryptobereich. Dieses Jahr haben wir alle gelernt, not your keys, not your coins. Der Spruch, den es ewig gibt, wird immer wahrer. Ich meine, bei euch gibt es ja die Möglichkeit, das auch direkt auf die eigene Wallet zu bekommen. Besser geht es eigentlich gar nicht. Und der zweite Schritt ist dann eben, nach der Eigenverantwortung wirklich auch so diese finanzielle Grundlage zu bilden. Ja, finanzielle Bildung. Ich meine, wenn eben viele auch wegen des Geldes da sind, hoffentlich auch wegen mehr bleiben. Sie sollen am Ende wissen, woran sie eigentlich sind und vor allem, wie sie mit ihrem Geld umzugehen haben. Ich sage denen nicht, tu das, tu das. Ich sage auch nicht, ich weiß alles. Und deswegen ist für mich auch immer wichtig, ein breites Spektrum zu bieten. Und angefangen mit Finanzen und dann spezial halt eben Bitcoin und Krypto. Und da gucke ich mir auch leider jeden Mist an. Zur Missgunst. Aber das finde ich eben, das ist sicher mal noch worth mentioning. Also das finde ich eben sehr gut, dass es Leute wie dich gibt, die wirklich auf Education setzen und das neutral anschauen. Ich meine, klar gibt es mega viele Bitcoiner, die Krypto und alles, was mit NFT und DeFi und so weiter zu tun hat, scheiße. Und es gibt gute Gründe dafür. Aber viele finden halt auch Stocks scheiße. Ich finde zum Beispiel auch Anleihen ein mega Scam. Ja, aber es gibt halt diese verschiedenen Anlageklassen. Und es gibt dann auch noch Real Estate, also Immobilien. Und es gibt ganz viele verschiedene Kryptowährungen. Es gibt halt ganz viel. Und das ist halt einfach da. Und das geht nicht weg. Und die Leute, vor allem die Newcomers, die sehen halt das, dieses breites Spektrum. Und die wissen ja da am Anfang nicht, was die machen sollen. Ich kriege ganz viele Anfragen letztens auch so. Ja, warum habt ihr nicht all diese anderen verschiedenen Kryptowährungen und so weiter. Und ich finde es ein großes Risiko, wenn ich jetzt nur in Bitcoin investiere, weil es gibt ja noch so viele andere. Das ist halt einfach, die haben nicht wirklich verstanden, dass diese anderen Währungen was ganz anderes halt sind und fundamental verschieden sind von Bitcoin. Die wissen gar nicht, in was sie investieren. Die wollen einfach irgendwie in Krypto investieren. Und dann versuchen sie ihr Portfolio auf irgendwie 100 verschiedene Coins zu diversifizieren. Und sie sehen das halt nicht. Und deshalb finde ich es sehr gut, dass du neutral, aber halt sehr breit Ausbildung betreibst. Und das ist, glaube ich, wirklich dein Ziel. Und das bist du auch nicht, wie andere Influencer irgendwie, ja, geh jetzt zu Binance und mach mit Leverage irgendwie Trading mit diesen kleinen Shitcoins und so weiter. Das ist überhaupt nicht dein Ding. Das ist, glaube ich, auch nicht dein Businessmodell, oder? Nee, also die Grundessenz ist bei mir schon wirklich auch eben, die Leute mündig zu machen und nicht die Mündigkeit abzusprechen. Also ich glaube, das ist ein großes Problem, wenn man von außen drauf guckt. Man kann Leuten schnell sagen, was sie zu denken haben. Ich glaube, die Leute müssen selber denken lernen. Und das ist schon eine wichtige Komponente bei mir. Denn auch wenn ich manchmal schneller spreche oder lauter rede, ich schreie die Leute nicht an und sage, tu jetzt das und mach das. Und das ist jetzt hier die ultimative Prognose. Ich gebe meine Ideen, meine Ansätze ab, wie ich auch selber mit den ganzen Themen umgehe und will den Leuten am Ende beibringen, worauf es auch ankommt. Und viele haben eben auch das Ziel eines Vermögensaufbaus. Der kann mit Bitcoin ja auch langfristig gelingen. Ich meine, die Idee ist ja auch, gerade bei der Idee, dass Bitcoin begrenzt ist, das Sparen auch wieder in den Vordergrund zu stellen. Und nichts anderes hat man ja früher gemacht. Man spart für sein Alter. Jetzt ist es eben Investition. Solange das Geldsystem auf Inflation ausgesetzt ist, ist Investition auch ein Wort, was wir in den Mund nehmen müssen, leider. Und da ist immer so ein bisschen Zwiegespalten, weil es verliert sich schnell in der Geldperspektive. Dabei vergisst man auch, dass es ja wirklich einfach ein wichtiges Grundverständnis ist, mit dem Geld umgehen zu können und zu verstehen, was Geld überhaupt bedeutet. Und da ist es wirklich toll, dass Bitcoin da so eine Brücke geschlagen hat, auch für mich persönlich. Als ich das erste Mal von Bitcoin gehört habe, ich habe Makroökonomie in der Uni gelernt und ich habe Bankausbildung gemacht und Geld in der Hand gehabt. Aber jetzt wirklich zu verstehen, was Geld ist, wie es funktioniert und auch unser System, wie es funktioniert, das ist jetzt nochmal viel tiefgründiger geworden und hat mich persönlich total weitergebracht. Aber am Ende interessiert es auch nicht jeden. Manche gehen rein und sagen, ja hier, ich kaufe jetzt, wie du schon gesagt hast, ein paar Krypto. Ich habe gelernt, Diversifizierung ist gut. Die wenigsten verstehen ja Altcoins. Das A steht für aktiv. Wer da nicht jede Sekunde mit drauf guckt und mitdenkt, der hat schon verloren. Und da sage ich dann auch immer, ganz ehrlich, Bitcoin, Ethereum meinetwegen noch. Dann hast du eigentlich alle Use Cases abgedeckt, nämlich Smart Contracts mit Ethereum und die ganzen Applikationen plus Bitcoin eben als Geld. Und hier unterscheidet es sich nämlich nochmal. Das eine sind Assets und das andere ist Geld. Die Wahrnehmung jetzt, aber in der Gesamtwirtschaft, ist ja Bitcoin und Krypto als Asset-Klasse. So, das ist ja schon mal toll, die Erkenntnis. Aber das ist eben auch der erste wichtige Schritt hin zu einer Massenadoption. Weil ich meine, du kannst die Leute jetzt nicht überzeugen von einem neuen Geld. Ich meine, wenn wir noch zehn Jahre Inflation machen, dann bestimmt, dann haben die auch mehr Lust darauf, das zu hören. Jetzt aktuell denken die sich immer noch, ja gut, Netflix ist ein bisschen teurer geworden, Gas ist teurer, der Sommer kommt. Und dann sind die Sorgen auch wieder vergessen. Es ist alles ein ganz schön hartes Stück Arbeit und da gehört auch eben das dazu, was ich mache. Hey, hier ist Raphael von Relay. Ich möchte euch kurz über Relay Private erzählen. Relay Private ist unser exklusiver Service für Privatkunden, Family Officers, sowie kleine und mittlere Unternehmen, die große Mengen Bitcoin kaufen oder verkaufen möchten. Als Kunde von Relay Private hast du ein ganzes Team, das sich auf deine Bedürfnisse konzentriert. Ein engagierter Kundenbetreuer begleitet dich bei jedem Schritt auf deinem Weg. Du bekommst außerdem einen persönlichen Rund-um-die-Uhr-Support und hast Zugang zu exklusiven Berichten und Branchen einblicken, die von Relay erstellt werden. Wenn das für dich oder jemanden, den du kennst, interessant ist, klicke auf den Link in der Beschreibung oder gehe auf relay.app.private. Ja, absolut. Und vielleicht müssen wir an dieser Stelle mal den Unterschied machen, eben auch die Begrifflichkeiten irgendwie mal klären. Für Neulinge vielleicht, die noch nicht jetzt viel investiert haben und so weiter. Weil es gibt ja einerseits, hast du gesagt, Sparen. Das ist aber nochmal verschieden zu Investieren. Und das ist nochmal verschieden zu Trading. Also so wie ich das verstehe, ist eben Bitcoin zum Beispiel sehr gut fürs Sparen, weil du kannst langfristig, das ist ein knappes Gut. Und digitale Spartechnologie gibt eben nur 21 Millionen, nie mehr. Du kannst das selber halten. Das ist also zensurresistent. Und das ist unabhängig von Banken und Regierungen. Das heißt, es kann eben nicht einfach inflationiert werden, so wie der US-Dollar und der Euro, wie das passiert. Also quasi dieses digitale Gold, das heißt, es eignet sich eben sehr gut für langfristiges Sparen. Und Sparen heißt einfach irgendwie einen gewissen Prozentsatz deines Einkommens zur Seite legen, quasi in einem Asset, das halt idealerweise sich nicht inflationiert, seine Kaufkraft bewahrt. Dann investieren ist irgendwie, wo dann eben… Vielleicht bleiben wir erstmal dem einen Punkt und gehen ein nach dem anderen, weil dann können wir da noch ein bisschen näher ausholen. Der Begriff des Sparens ist wirklich wichtig. Ich habe als Kind gespart darauf, dass ich mir irgendwie dann mit Weihnachtsgeld und Geburtstagsgeld das neueste Nintendo 64 Spiel leisten kann. So, solche Geschichten, die schreibt das Leben. Inflation ist dann in dem Alter auch sowieso gar nicht real oder spürbar. Und gerade auch mit Blick auf neue Sachen, neue Technologien, Sachen werden teilweise auch günstiger. So, Inflation ist ja erstmal die Geldentwertung an sich. Jetzt gibt es aber ein Problem. Wenn man jetzt sagt, Bitcoin und Sparen, bin ich erstmal grundsätzlich d'accord. Ich habe gerade selber ja gesagt, die Begrenztheit und auch die Asset-Klasse selbst, die Güte von Bitcoin, die gibt es her, dass es ein Spargut sein kann. Nichtsdestotrotz sind wir meiner Meinung nach gerade noch in einem Stadium, wo wir nicht wissen, was ist dieses dezentrale, freie, zensurresistente Geldnetzwerk wert. Für uns beide hat das einen Wert. Wir haben vielleicht schon mehr verstanden als ein anderer und sagen uns, das ist unsere Wette, nicht nur gegen Fiat-System, sondern auch eine Wette darauf, dass im Internet oder digital eine Wertigkeit vorhanden ist. Und Bitcoin ein bestes Beispiel dafür ist in Form von Geld. Wir sagen das aber jetzt in der Gruppe von, weiß ich nicht, lass es ein paar Millionen Menschen sein. Es gibt Milliarden Menschen auf der Welt, die anders drauf schauen. Die sehen Bitcoin als irgendwelche Kursentwicklungen oder Gefahren. Für die ist unklar, was ist es eigentlich. Und wir sind gerade noch in diesem Bewertungsprozess. Und da wir da noch sind, ist es zwar schon richtig davon zu sprechen, digitales Gold, Sparmöglichkeit etc. Aber wir sind meiner Meinung nach noch nicht an dem Punkt, weil wir noch nicht wissen, was wird das wirklich wert sein und wie viele Nutzer zieht es tatsächlich auch an. Also wann wird es wirklich gebraucht? Und ich glaube, gerade setzen wir so eine Art Grundlage dafür, dass wir ja weiter Nutzer darauf aufbauen können. Und was das Fiat-System dann auf sich macht, kann uns eigentlich egal sein. Wir haben einen Plan B. Und dann erst, wenn wir wirklich auch Fiat, sag ich mal, etablierter sind, das sind wir einfach noch nicht, also bei der breiten Masse, dann wird es für mich erst zu einem echten Spargut. Man kann jetzt schon darauf wetten, dass das Spargut wird, aber es ist dann eben trotzdem eine Investition auch teilweise. Also finde ich jetzt persönlich, ist meine Meinung. Nichtsdestotrotzendiges Sparplan und fürs Alter sparen, weil es einfach so gängig ist, das sozusagen, ja. Das ist genau wie Saifi Dinamoos, der ja den Bitcoin-Standard geschrieben hat, eines der bekanntesten Bücher in diesem Space. Und der sagt eben auch, es ist eine Emerging Store of Value. Bitcoin ist jetzt noch super früh, super volatil und kann eigentlich jetzt noch nicht wirklich als Spartechnologie angesehen werden, aber es ist eben eine Emerging Store of Value. Gold hat ja auch Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte gebraucht, bis es diese Stabilität erreicht hat und bis wirklich die breite Masse das verstanden hat. Und ich glaube, da sind wir, wie du genau richtig sagst, bei Bitcoin auch da. Aber die Idee dahinter, hinter diesem digitalen Gold, ist eben schon, dass man das zum Sparen braucht. Gibt es denn noch andere Sachen, die sich für dich jetzt eignen zum Sparen oder ist alles andere irgendwie dann Investing und Trading? Also auch wenn es sich jetzt natürlich pervers anhört, würde mir sofort sicherlich der eine oder andere auf die Fresse hauen. Aber Fiat ist eigentlich immer noch grundsätzlich zum Sparen da, wenn wir nicht diese hohe Inflation hätten. Unter der Grundannahme, dass unser Wirtschaftssystem noch 30, 40, 50 Jahre oder 100 Jahre so weiterläuft, funktioniert es ja. Ich meine, Geldentwertung findet zwar trotzdem statt. Das Problem ist, die Geldentwertung hat sich so beschleunigt, dass wir nicht mehr sparen können. Die Kaufkraft geht zu schnell verloren, sodass ich ehrlich gesagt gerade im Status bin, wo ich sage, was ist eigentlich wirklich noch ein Spargut? Für mich eigentlich kaum. Deswegen spreche ich immer von Investitionen. Selbst wenn ich mir, weiß nicht, Pokémon-Karten sammle oder was ist jetzt auch kein Spargut, ist natürlich auch spekulativ, hat auch subjektive Werte, ist vielleicht kein gutes Beispiel. Aber was kannst du heute noch sparen? Also es fällt mir wirklich schwer, das zu sagen. Gold vielleicht, aber auch da, die Wertstabilität ist alles andere als vorhanden. Und dieser Wertspeicher ist zwar geschichtlich betrachtet da, im Blick auf die Kursspekulationen, die auch mit Gold stattfinden, eigentlich gar nicht möglich. Also ich glaube eher, dass wir ein System uns erschaffen haben, in dem Sparen gar nicht mehr möglich ist. Und ich meine, wir sind in einer Konsum- und Kreditgesellschaft. Und don't blame the game, play it. Ja, spiel es vielleicht einfach. Und das ist auch dann mein Job ein bisschen, da auch wirklich Bewusstsein für zu schaffen, dass so ein Prozess, wieder auf ein Sparlevel zu kommen, auf Nachhaltigkeit zu kommen, ein weiter Weg ist. Der Weg dahin ist aber eben noch weit. Und dazwischen passiert das Spiel eben noch weiter. Und wer jetzt noch gewinnen will, muss eben sich auch ein bisschen den Spielregeln anpassen. Und da sind wir beim Punkt investieren, Nummer zwei. Genau, genau. Und was macht denn deiner Meinung nach jetzt Sinn für ein Portfolio? Also wahrscheinlich würdest du ja auch sagen, es macht Sinn, verschiedene Asset-Klasses irgendwie in verschiedene Anlageklassen zu investieren. Also da gibt es natürlich Aktien, Anleihen eben. Es gibt Immobilien. Immobilien, es gibt dann, ich meine, wenn man die Portfolios von vermögenden Leuten anschaut, dann ist es eben genau, was du sagst, oder? Die haben das nicht alles, die haben ihre 10, 20 Millionen nicht auf einem Sparkonto in Fiat, sondern die haben eben ganz verschiedene Zeugs, die verschiedenen Anlageklassen, sogar in Autos, alte Oldtimers, in Uhren zum Teil auch. Absolut, ja. In Kunst, die investieren ja da in alles. Wie sieht so ein gutes Portfolio, eine gute Portfolio-Verteilung für dich aus? Ich finde das sehr subjektiv. Also in der Banklehre habe ich gelernt, wie ein gutes Portfolio im Lehrbuch aussieht. Es gibt ja zig Analyse-Methoden, ein effizientes Portfolio auszurechnen. Tatsächlich habe ich das selber mal mit meinem Kollegen gemacht. Der hat seine Maßarbeit darüber geschrieben und geguckt, wie ein optimales Portfolio aussieht. Und witzigerweise, eine Beimischung von Bitcoin hat auch ein optimales Portfolio ergeben. Also wer denkt, Bitcoin gehört nicht an ein Portfolio, der liegt komplett falsch. Denn wie du schon gesagt hast, jede Asset-Klasse kann seinen Platz finden. Jetzt muss man aber auch sagen, wofür habe ich Zeit? Worauf habe ich überhaupt auch Lust? Denn ein Portfolio sollte eigentlich etwas sein, meiner Meinung nach, was man fürs Alter aufbaut. Also Vermögensaufbauen. Der ist langfristig, über Jahrzehnte. Dieses schnell Reichwerden-Schema, das passt vielleicht für den einen oder anderen. Das können wir gleich beim Trading besprechen. Das wird den meisten nicht gelingen. Und gucken wir uns mal Warren Buffett an, der in einem Bärenmarkt immer noch am besten performt, weil er einfach genau weiß, unser Wirtschaftssystem wächst, unser Geld wächst und damit auch eigentlich meinen Wert, wenn ich einfach weiter in dieses System investiere und das möglichst breit. Und da sage ich, in normalem Portfolio, wenn ich jetzt ein passiver Anleger bin und wirklich denke, ich habe meinen Fulltime-Job, ich habe Familie, ich habe Freunde, ich habe meine Hobbys, ja, da hat mein Portfolio keinen Platz, irgendwie zwei Stunden am Tag einzunehmen, dann machst du wirklich passiver Ansatz mit ETFs, da auch gestreut, nicht nur ein, sondern wirklich zwei, drei Stück vielleicht. Dann guckt man sich vielleicht noch an Aktienbeimischungen, wo man vielleicht Interessen hat, dann Krypto noch als Beimischung, wenn man dafür Affinität hat und je nach Risikoprofil kann man das dann für sich auch anpassen. Und dann, wenn man wirklich Liebhaber ist, dann kann es sowas wie Pokémon-Karten sein, würde ich jetzt nicht empfehlen, Uhren, also irgendwas, das wirklich schon länger auch schon beliebt ist tatsächlich. Da geht es in jede Richtung. Ich mag zum Beispiel persönlich gar keine Immobilien, bin ich kein Fan, weil ich auch keine Ahnung davon habe und da lasse ich dann auch die Finger von, wenn ich von der erste Klasse nichts weiß. Also mein Persönlichesportfolio ist sehr breit gestreut, aber schon mit einem großen Schwerpunkt bei Krypto, weil es auch mein Job ist, mich auszukennen. Aber auch hier der Unterschied, ich bin aktiv. Je aktiver man ist, desto mehr kann man auch ausprobieren und machen. Wenn man passiv Vermögen aufbauen will, ist der beste Ansatz einfach wirklich breit gestreut, das Wirtschaftswachstum abzugreifen, denn solange das funktioniert, macht man damit nichts falsch. Ja, ich finde es schön, wie du sagst, so eben, don't play the game, play it. Also, du untersprichst eigentlich diese zwei Systeme fast an. Ein, das System, das Fiat-System, in dem wir drin leben, das halt eben eine ewige Geldmengenausweitung zur Folge hat und dabei eben auch Players, die wie eben Warren Buffett, die davon profitieren. Die sagen einfach, ja, ich kaufe einfach Firmen, die langfristig Erfolg haben werden, wie zum Beispiel Apple, der einen großen Teil von Apple kauft und dann weiß ich, dass mein Vermögen, wenn ich das angelegt habe, in solchen Aktien, in solchen Firmen einfach steigen wird. Warren Buffett ist zum Beispiel kein Fan von Gold. Das können wir vielleicht auch... Und auch kein Fan von Bitcoin. Auch überhaupt kein Fan von Bitcoin, weil Bitcoin eben wahrscheinlich auch seiner Meinung nach ein anderes System ist dann oder würdest du, was ist so der Unterschied dann von diesem Fiat-System getriebenen Aktien oder Anlagen und Bitcoin, was eigentlich vom Fiat-System unabhängig ist, weil man dort nicht irgendwie Geldmengenausweitung manipulieren kann. Ich glaube, Warren Buffett hat zumindest eins für sich verstanden und das finde ich dann auch einfach für sich ein ehrliches Statement. Die Begriffe, die er dann nennt, Rattengift oder sonst irgendwas, das ist natürlich alles Quatsch. Aber was er nicht weiß, probiert er auch nicht aus. Ich meine, er ist kein großer Tech-Fan, er ist ziemlich solid in seinen Anlagen. Coca-Cola, eines seiner berühmtesten Investments, wo du so denkst, Cola? Ja, aber hey, guck doch mal. Jedes Mal, wie viel ich essen gehe, bestelle ich mir eine Cola. Keine Ahnung. Ich habe bei Coca-Cola mal gearbeitet, sechs Monate. Ich weiß, wie viel Cola getrunken wird auf diesen Paläten. Viel zu viel. Deswegen gibt es ja Coke Zero. Aber anderes Thema. Er hat für sich verstanden, ich habe davon keine Ahnung, ich lasse die Finger davon. Er denkt auch, dass es ein Schema ist, das vielleicht in sich zusammenfallen kann. Ich glaube aber, er versteht nicht oder sieht auch nicht die Notwendigkeit, gerade weil er aus dem Fiat-System auch kommt, dass wir vielleicht eine Alternative brauchen. Er braucht keine. Er ist am obersten Ende der Nahrungskette. Ich meine, was wäre sein Interesse, ein alternatives System, sag ich mal, zu supporten? Auch schon mit einer Form von Investments, weil am Ende des Tages, und wir sind ja noch in der Investmentphase, je größer die Investments, je größer die Geldmenge in einem Netzwerk oder in einer Technologie, desto erfolgreicher wird diese ja auch. Das Internet, ein gutes Beispiel. Wie viel Geld ist in das Internet geflossen? Wie viel Geld wurde verbrannt? Aber wie viel Wert steht dem jetzt in Fiat gegenüber? Und genau das Gleiche gilt eigentlich für Bitcoin, nur dann eben zum späteren Punkt, weil wir auch davon ausgehen oder zumindest die Idee haben, dass Bitcoin nicht nur ein Investitionsvehikel ist, sondern eben vielleicht so das ganze Spiel verändert. Das entscheiden wir aber nicht. Aber dann wird ein Player wie Warren Buffett wenig Interesse daran haben, zu sagen, ich bin gerade König in diesem Spiel, ich bin der auf dem Monopoly-Feld, der das meiste Geld hat, hab die geilsten Hotels, das gebe ich doch nicht ab, bin doch nicht jeck. Und ich glaube, das hat er für sich verstanden und da ist er am Ende ein Knallart der Investor und das zeichnet ihn auch aus. Absolut, absolut. Er hat ja viel geprägt, eben was dieses Investment angeht, eben eher fokussiert sich hauptsächlich auf Aktien und ich glaube, das ist auch der überwiegende Ansatz heute, den du auch beraten bekommst von den Banken. Also wenn du sparen willst, macht es keinen Sinn, wirklich das ganze Fiat-Geld auf dem Sparkonto zu haben, weil wir niedrige Zinsen und hohe Inflation haben, sondern, und da verdienen natürlich die Banken dann auch dran, sollst du eben regelmäßig in ETFs investieren oder eben Aktien und dir ein Portfolio aufbauen. Viel schlimmer noch, genau, viel schlimmer noch, mal aus dem Nähkästchen vielleicht, weil ich habe ja bei der Bank gearbeitet, ich habe ja Ausbildung gemacht, du wirst eher sogar noch dahin getrieben, natürlich die bankeigenen Produkte zu vertreiben, da wo es die meisten Erträge für die Banken gibt. So, das ist nämlich ein Problem und deswegen habe ich meine beiden Kanäle, weil ich der Meinung bin, wir sind in der Lage, durch das Internet und durch die Kommunikationsmöglichkeiten jederzeit alle Informationen zu bekommen und selber ein Bild zu machen und vor allem uns selber Gedanken darüber zu machen, was wir mit unserem Geld anfangen wollen. Wir müssen nicht darauf warten, dass uns das jemand sagt und ich glaube, das ist die erste wichtige Loslösung davon zu glauben, dass eine Bank als Vertrauensinstanz notwendig ist und deswegen ist Bitcoin ja so eine interessante Alternative und hat mich persönlich begeistert. Ich habe ja in meiner Masterarbeit dann auch darüber geschrieben, über digitale Assets auf der Blockchain und was das für Mehrwerte bringt in jedem Bereich, zum Beispiel auch in der Musikbranche oder sowas. Da habe ich damals schon über NFTs tatsächlich geschrieben, außer dass ich den Begriff noch nicht kannte. Weiß ich heute besser. Aber Ende dieser Geschichte, das ist die wichtigste Erkenntnis, wir können es selbst und wir sollten es auch selbst machen, weil wie leicht ist es, auf jemanden zu zeigen und deswegen finde ich es auch immer so blöd. Und ich bin jetzt Influencer geschimpft von manchen. Ich habe heute noch ein Interview gehabt, da wurde ich als Influencer angekündigt. Ja, ich beeinflusse Leute, aber ich möchte die Leute nicht dahingehend beeinflussen. Macht das, weil dann hätte ich ja bei der Bank bleiben können, sondern macht euer Ding. Bitcoin ist das beste Beispiel dafür, dass jederzeit jeder die Wahl hat, alles machen zu können, was er will. Absolut, ja. Und aber trotzdem machen die meisten heute einfach quasi, ja, was ihnen gesagt wird, aber bauen sich damit ja auch ein Portfolio auf und weil die meisten eben nicht Zeit haben, irgendwie quasi jeden Tag sich stundenlang damit zu beschäftigen und dann wären wir wahrscheinlich beim dritten Punkt, beim Trading und ich glaube, viele Leute denken, dass sie das machen müssen irgendwie oder dass sie das machen sollen. Ich will, wie Shiba Inu oder Dogecoin oder whatever, der nächste große Hype oder da hat jemand mit dem Affenbild ein NFT irgendwie Millionen gemacht, das will ich auch und dann denken sie eben, dass sie irgendwie die richtigen Projekte, das Next Big Thing erwischen müssen und eben Stockpicking oder noch schlimmer eben Trading machen, dann hören sie wahrscheinlich von all diesen Crypto-Tradern, die irgendwie auf Bali wohnen und Millionen verdienen, indem sie jeden Tag traden. Ich kenne auch solche Leute, die tatsächlich ihren Lebensunterhalt verdienen mit Crypto-Trading, aber ich kann nicht sagen, das ist harte Arbeit, das weißt du besser als ich. Absolut. Das ist harte Arbeit und die arbeiten auch acht, neun Stunden am Tag und die sind einfach am Traden vor dem Bildschirm und das ist auch nicht immer easy. Die sind manchmal auch drei, vier Tage durchgehend dran, wenn der Markt verrückt spielt und das kann ein Otto-Normal-Bürger gar nicht, diese Zeit aufwenden und dieses Marktverständnis aufbauen. Kriegst du viele Anfragen auch von deiner Community, was soll ich als nächstes kaufen, verkaufen, wann ist der Preis jetzt zu hoch? Wollen die alle auch Trader werden? Ich kriege die Anfrage ja sehr viel und ich meine, ich brauche mir auch nicht in die Tasche lügen, wenn du auf meinen Kanal guckst. Ich weiß, wie das YouTube-Spiel funktioniert. Ich gucke auch natürlich mit Headlines, ich kommuniziere das auch offen. Ich sage den Leuten in den Videos ja, Leute, ich bin kein, ich knechte das Algorithmus, also ich bin ein knechtes Algorithmus und gucke auch, dass ich entsprechend die Aufmerksamkeit bekomme, damit gerade solche Leute vielleicht dann auch bei mir auf dem Kanal vielleicht ein bisschen noch einen Weitblick finden, denn wir haben ein Riesenproblem bei uns in der Gesellschaft. Wir haben durchs Internet viele tolle Möglichkeiten der Bildung bekommen, aber auch viele Möglichkeiten von Missinformationen und eben auch falschen Erwartungen. Wie schnell kannst du heute jemanden zeigen? Instagram ist ein gutes Beispiel. Schlimm, dass mein Instagram-Account der größte Krypto-Account ist. Dass ich auf Instagram bin, ist für mich so ein Schmerz, aber ich will ja auch die Leute erreichen. Die gucken sich was an, das schöne Leben, alles ist ja so locker einfach, vergessen, dass erstens da viel Glück, Arbeit auch hinter steckt und es einfach falsche Versprechungen macht, gerade jetzt im Trading. Und ich bin keiner, der sagt, Trading ist komplettes Teufelszeug, weil wie du sagst, es gibt Leute, die leben davon und das sind Profis. Aber zu glauben, wenn ich gerade anfange mit Investitionen oder sonst irgendwas, mit Geld umzugehen, dass ich direkt der große Trader bin, der wird alles verlieren, immer, weil Trader sind Zocker, solange sie nicht ihre Emotionen im Griff haben und einem klaren Konzept folgen. Und dann sage ich lieber, ey, ich bin lieber der entspannte, chillige Typ, passiv lehne ich mich zurück, lass mal Geld für mich arbeiten, weil ich habe noch einen anderen Job. Wenn ich Trader werden will, dann sollte das auch ein Job werden. Man muss bewusst sein, dass man viel Zeit investieren muss. Und das mal zum Trading allgemein, denn grundsätzlich gibt es auch mit Trading Möglichkeiten eben auch Positionen abzusichern, ja gerade bei fallenden Märkten eben auch profitieren zu können. Das hast du als Investor eigentlich nicht, da gilt nur das Prinzip Double Down, also immer weiter Sparplan machen und gerade in tiefen Phasen profitiert man dann ja auch langfristig, aber mehr als kaufen kannst du eben nicht. Und das ist als Trader schon nochmal eine andere Möglichkeit, aber bei weitem nicht für jeden geeignet. Und dann hast du noch Meme-Coins ins Spiel gebracht, NFTs und Leute, nennt das Kind, wie ihr wollt. Es hat schon im Aktienmarkt gegeben mit der Immobilienblase. Neue Innovationen bringen immer eins. Unwissenheit gepaart mit jetzt auf dem Internetprotokoll, also Kommunikationsprotokoll, schnelle Informationen und eben falschen Hoffnungen und irgendwelchen Leuten, die damit auch Geld machen. Klar, weil am Ende ist es so, Innovationen müssen erstmal einen Preis bekommen. Ich habe ja gerade gesagt, Bitcoin ist noch dabei, wir sind auf einem sehr hohen Niveau schon bei Bitcoin, sodass ich sage, too big to fail. Aber die meisten Innovationen verpuffen, weil sie einfach keine Sau interessieren und auch vor allem keine Nutzer bringen. Sie bringen nur Leute, die schnelles Geld machen wollen. Und wenn alle schnelles Geld machen wollen, dann kann ich dir eins versichern, die, die zuerst da waren, werden immer das Geld machen. Alle anderen bezahlen genau das für die anderen. Und deswegen denke ich, es ist zwar sinnvoll und gut und deswegen teile ich die Informationen auch, sich mit den Themen zu beschäftigen, aber ich beantworte deswegen auch nie solche Fragen, was hältst du von XYZ? Weil ich genau weiß, jede Aussage, die ich jetzt treffe, wird umgedreht. Ich sage dann schon manchmal auch meine Meinung, aber das muss dann jeder für sich auch auffassen. Da muss doch klar sein, Leute, nur weil hier so ein Pimpf vor euch da was erzählt, kann das doch nicht der Grund sein, dass ich jetzt auch kaufe. Und denkt immer daran, die Informationen erreichen euch immer als Letzte. Wenn ein YouTuber euch erzählt, was er macht, dann kam die Information schon von woanders noch viel früher und noch früher und noch früher. Wenn ihr Glück habt, seid ihr nicht die allerletzten, aber ihr seid eher meistens am Ende der Nahrungskette. Das heißt lieber, selber aktiv werden, selber die Ideen finden. Was ich wichtig finde, sorry, ich hole gerade so weit aus, aber du hast so viele Punkte genannt. Go for it. Macht auch Spaß. Ich sehe die Innovationskraft trotzdem. und mir ist es egal, ob eine Zukunft mit 10 Blockchains sind, mit 100. Ich glaube nicht, dass wir 100 Blockchains brauchen. Ich glaube, wir brauchen eine, der wir 100% vertrauen können und das hat Bitcoin jetzt bewiesen und da löse ich mal auch Bitcoin als Geldnetzwerk eben von der Technologie Blockchain, weil diese Technologie bringt uns vor allem noch eine nächste Sache neben Geld, Wertigkeit im Internet, nämlich auch alles wertig zu machen, die komplette digitale Welt und da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Wir sind jetzt hier gerade schon mittendrin in der digitalen Welt. Wir unterhalten uns über Zoom. Nope, kein Produktplacement hier übrigens. Also wir benutzen auch andere Sachen. Jedenfalls, du musst doch diese Welt auch wertig machen. Ich habe vorhin gesagt, in meiner Masterarbeit habe ich immer Musik geschrieben und überleg doch mal, was es für ein Schmerz ist, in der digitalen Welt Musik wertig zu machen, in der Welt von Streaming-Plattformen wie Spotify. Ich glaube, wir haben echt Innovationskraft durch die Blockchain-Technologie richtig eingesetzt, vor allem dann aber auch nicht zentralisiert, weil dann ist es keine Blockchain, sondern dezentral. Heißt, Innovationen finden statt, sie werden jetzt gebaut, ob die dann am Ende alle auf Bitcoin sind oder sonst wo, ist mir wurscht. Hauptsache, wir kriegen das, denn wir brauchen das. So, das habe ich echt weit ausgeholt und ich hoffe, ihr habt alles da mitgekriegt, aber hier ist so viel drin in meiner Biene, du holst gerade so richtig viel hervor. Du bist am Sprudeln, das finde ich geil. Ja, das ist auch krass, wenn du die ganze Zeit, ich meine, du machst ja eigentlich nichts anderes und zwar seit Langem, also länger als ich wahrscheinlich, beschäftigst du dich eigentlich nur mit dem acht bis zehn Stunden oder mehr am Tag. Sechs Jahre jetzt. Sechs Jahre, das ist unglaublich, ja, da kommt halt das. Ich habe ja nicht immer, genau, ich habe ja nicht immer YouTube gemacht, ich war vorher Berater im Bereich Blockchain, habe schon gesehen, wie sich die deutsche Wirtschaft da aufstellt, ehrlich gesagt, mir dann zu langsam, deswegen habe ich mich dann entschieden, in die breite Masse zu gehen und eben das mit Leuten zu vermitteln. Denn wie viele Leute habe ich gesehen, die 2017, dann 2018 mit Tränen aus einem Bullenmarkt gegangen sind, ja, alles verloren und jetzt wieder nach dem Bullenmarkt, wieder alles weg, da denke ich mir so, Leute, da muss man auch erst mal verstehen, wie ihr mit Geld umgeht und deswegen ist mir das auch ein Thema, was wichtig ist, weil es gibt die einen, die sagen, Bitcoin wird alles lösen, die schaffen es auch, zehn, zwanzig, dreißig, vierzig Jahre durchzuhalten und werden auch belohnt, im besten Fall, aber eben Risiko auf ein Asset und auch der Zeithorizont sehr lang. Alle anderen denken, hey, ich will doch jetzt reich werden und dann haben sie eben alles verloren und das ist total scheiße. Die Gier regiert dann leider über die Rationalität, oder? Und dann sieht man irgendwo auf einer Plattform wie Celsius oder FTX, wow, da kann ich irgendwie sieben oder zehn oder 15 Prozent, warum sollte ich einfach langweilig einen Bitcoin-Sparplan mit Relay machen? Das haben wir viel gehört. Warum, ihr bietet ja keine Yields an und so weiter und nur Bitcoin-Sparplan, das ist ja langweilig, da werde ich ja nie reich, wenn ich gleichzeitig Solana oder Tesos staken kann auf Celsius oder FTX und da kriege ich ja irgendwie 15 Prozent. Da sage ich ja, aber langfristig verlierst du einerseits einen Großteil des Wertes des Tokens, du kriegst vielleicht sieben Prozent oder zehn Prozent des Tokens, aber wenn du den hältst, dann stürzt der auch wieder mal 90 Prozent ab und meistens kommt der dann nicht wie Bitcoin wieder hoch. Das heißt, hast du viel mehr verloren und zweitens gibst du die Kontrolle über deine Assets auf, also das ist Counterparty-Risk, was eben im Kryptomarkt unglaublich ist, sehen wir jetzt bei Celsius, FTX und Co. Ja, aber man muss auch eine Sache sagen, auch das habe ich jetzt gemerkt in den letzten Wochen vor allem, Eigenverantwortung und Selbstverwahrung ist super wichtig, für mich der Grundstein. Ich habe es gelernt, ich habe 16 Jahre gebraucht, um Finanzmarkt zu verstehen, Kryptomarkt zu verstehen und auch zu verstehen, wie mein persönlicher Umgang mit meinen Assets ist. Jetzt stell dir vor, du bist ganz neu, hast gerade Geld, kommst aus Ausbildung, hast einen Job und denkst, ich will jetzt Sparen und irgendwas anlegen. Ey, du hast erst mal gar keine Ahnung, also fängst du an, vertraust irgendwem. Ich glaube auch, dieser Weg dahin, dass die Leute lernen, wie wichtig eine Eigenverwahrung ist, genauso wie Bargeld in der Schublade, ja, ist doch wohl zehnmal besser als auf dem Konto. Natürlich, legt bitte nicht euer Geld unter das Kopfkissen, aber ihr wisst, was ich meine, ihr habt jederzeit die Kontrolle bei dieses Geld. Genauso gilt es auch, wenn die in meiner Wallet sind, die Assets, dann habe ich die volle Kontrolle. Aber es kann auch nicht jeder. Das muss man auch sagen. Ich habe so viele Anwenderfehler in den letzten vier Wochen wieder gesehen und ich weiß nicht, ob du schon mal ausgerechnet hast. Es ist weniger Geld verloren durch Hacks, durch Scams, durch falsche Investitionen, als durch verlorene Assets, verlorene Bitcoin. Rechne mal aus, wie viele Milliarden verloren gegangen sind durch Anwendungsfehler. Und da siehst du, wir sind noch an einem Punkt, wo man die Leute eben dazu kriegen muss und das ist ja auch wichtig zu verstehen. Eine der größten Gefahren für Bitcoin ist Unkenntnis und Gier. Gier kriegst du echt kaum besiegt, das ist eine Urlast der Menschheit. Bitcoin kann vielleicht schaffen, dass wir in Zukunft weniger gierig sind, nachhaltiger, mit begrenzten Gütern und Ressourcen und lernen, mit unserem Planeten besser umzugehen, aber krieg das erstmal aus den Leuten raus. Und dann bringen die Leute auch noch bei, die heute gemütlich am Handy sitzen, sich TikTok und sonst was reinziehen, ihre Daten rausfeuern wie nix, denen alles egal ist. Bring denen mal bei, es ist total wichtig, dass du deine Assets in deiner Hand hast, weil dir kann ja sonst jemand was wegnehmen. Verstehen die ja gar nicht. Und da müssen wir hin. Und das ist echt ein weiter schmerzhafter Weg. Und da ist, glaube ich, echt wichtig, dass auch alle in dieser Szene an einem Strang ziehen, weil das, egal welche Idee man verfolgt, wir kriegen die Leute zumindest in die Richtung, sich mehr damit zu beschäftigen und am Ende des Tages zumindest schon mal mit dem Schritt Eigenverwahrung anzufangen. Die Gier ist dann noch nicht gelöst, aber die kriegen wir vielleicht auch noch hin. Aber man startet ja einen Marathon auch mit einem Schritt, oder? So sieht es aus. Und ganz einfache Schritte und eben die komplexen Inhalte einfach machen und das machst du mega gut als Influencer oder du wirst wahrscheinlich nicht so, willst nicht so genannt werden, wie willst du denn genannt werden? Educator. Mirko, so wie ich heiße, irgendein Typ, der in der Kamera vor euch sitzt, euch Gott und die Welt erzählt und euch vor allem eins sagt, bleibt aufmerksam, hört nicht darauf, was eine Person sagt, dass zwei Personen sagen, sondern vielleicht fünf, sechs, zehn Meinungen und macht euch dann am Ende ein eigenes Bild, weil nur eine fundamentale Meinung ist eine richtige Meinung. Es ist so leicht, Leuten zu folgen, viel schwieriger ist es, eigenverantwortlich und eigene Entscheidungen zu treffen und das sollte man lernen. Und das machst du dann sehr gut als einer der wenigen. Die meisten leider versuchen dann einfach eine Meinung den Leuten aufzudrängen und damit Geld zu machen. Ich meine, sie sagen euch, ihr sollt irgendwie irgendwelche Shitcoins traden gehen auf Binance mit Leverage. Warum? Weil sie daran am meisten verdienen. Affiliate Links, oder? Jetzt, wo kann man dich finden? Ja, ganz einfach, überall im Internet. Ich glaube, wenn man Bitcoin to go einfach mal eingibt, weil du mal vielleicht das Schild hier noch zum Neuchten bringen, hier. Oh, Bitcoin to go. Das benutze ich nicht, weil das immer so komisch schlackert. Da muss ich noch abhängen. Aber einfach suchen. Link unten in der Beschreibung, würde ich sagen. Packen wir den YouTube-Kanal rein, auch meine Website, dann könnt ihr euch mal durchwühlen. Ja, und wenn es Tages darf. Richtig, ich bin überall. Ich bin bei Instagram, ich habe sogar auch einen TikTok-Account, ich habe Spotify, also Podcast, aber da, wo die Leute Spaß haben. Und wenn es lesen ist, dann lesen, und wenn gucken ist, dann gucken. Und wenn ihr euch denkt, jetzt halt die Fresse, dann macht den Daumen runter, aber bitte auf meinem Kanal und nicht beim lieben Relay-Kanal. So machen wir es. Letzte Frage, die ich immer stelle, wie viel deines Portfolios ist denn auch in Bitcoin? Also wie der Prozentsatz? Aktuell bin ich ja viel noch in Cash, weil ich ja schon auch aktiver am Markt bin, muss ich ehrlich sagen. Und tatsächlich ist meine einzige Position, ich habe auch Ethereum, ist Bitcoin und Ethereum mit 25% meines Portfolios aufgeteilt mit, ich würde sagen, 18 zu 7 oder sowas. Also immer so zwei Drittel. Zwei Drittel Bitcoin, ein Drittel Ether und die anderen 75% warten auf dem Boden des Bärenmarkts. Und danke, dass du diese Frage nicht gestellt hast. Vielleicht beim nächsten Mal. Das weiß ich auch nicht. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Mirko. Hat mega Spaß gemacht. Bis bald. Hat Spaß gemacht. Mach's gut. Ciao.